. 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 Ja, 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 da fehlt mir hier. Luch jetzt hier. Hier, der Iraner, diese hier. Die alle genau die gleichen Schnitzern. Ja, ja, aber das ist kein Iraner. Mo, das ist doch genau das, was die spriegelde hier nicht. Ja, du sagst, das ist ja ein ehrlich ist, aber... Fuhat, Fuhat, nee, das ist der Breggishors. Wie sicher? Ja, das ist nur der Schnitz, der gleich ist, aber... Das ist ein Schweizer. Die sind ganz vorne, sie haben ziemlich ein Öffnungsspiel gespielt. Aha, dann zeig mal. Das müsste die zweite Mannschaft sein. Dann fehlt er mir wahrscheinlich, wenn er da noch drin ist. Schau hier vorne. Erster sind USA, dann sind zwei. Ja, da sind zwei. Aber der habe ich schon, schau. Nein. Oh nein, das ist nicht der. Das ist nicht der, das ist der. Der ist ja schön so dunkel. Wie heißt der? Lesen mal. Kubelei Türklimatz. Türklimatz? Ja. Ah, der Türke auch nicht. Das ist ein anderer Schweizer. Ja, das ist ein Schweizer. Aha. Ah, schau, der, der fehlt. Ja, der, der dann. Prägi Schorst. Ja, den bring noch. Logisch, dass er mir fehlt, wenn du da hast. Komm. Was, bring noch? Ja, du noch eins schneidest. Der wird noch gleich drin. Aha. Ja. Ja. Jetzt, ich werde gleich rutschen. Dann wäre dir das heftig fertig. Ich sag, da kommt ja keine Leimmausen. Schau mal. Das reicht nicht für ein Schweizer. Dann wäre da, muss der Dek gedroppt haben. Hey, lass uns die Mögel machen. Ja, mach mir die das. Ich sag, ich mach das andere Schweizer. Ja, mach mir die das. Ja, mach das Schweizer. Ich mach das. Du bist ein bisschen beschäftigt. Ich hatte. Ein Stück. Ja, da ist er so, he? Ja, hier ist er so rein. So machen wir das. Ganz einfach. Eens mal umma don. Na ein Grietchen fahren. Jetzt habe ich diese hier. Sehr gut. Jetzt musst du gut ein bisschen dreignen, gell. So, voilà. Super! Sag, bist du nicht mehr ganz dicht, oder was? Mal, jetzt ist es dicht, schau mal! Flotte Hanf drum geht an, um zu gewinnen. Jetzt siehst du, hier reinten über heute. Vorher sind wir der ganze Seife hier ausgerunden. Jetzt, immer den Foden auf den Schlotzen. Aber was will denn das? Das ist ja für eine Faffrikant. Ja, feil ist das für Katar. Für die WM in Katar. Ja, da... Häh! Häh! Was mag ich weinen? Wir müssen testen. Aber sag, du bist dir so bewusst, dass es vor Katar kommt, und dann auch gleich Russland, gell? Ja, schon. Aber sag, jetzt laufen langsam Vorbereitungen für Katar. Russland ist schon durch. Baal, ähm. Das ist doch schon, gell, die ganze Juniorenförderung und alles. Das muss ich jetzt anfangen. Und die Fanartikel und alles. Wie höre, Poli-Fanartikel brauchen wir. Das müssen wir jetzt vorbereiten. Ja, unter Umständen sind die Hechten, die jetzt da, die dort als Katar spielen, die sind schon auf der Welt. Ja, viele. Das und zum ist schon im Trainingslager. Was hat es mir gesagt, Schröde? FC Raro hat das schon Junior um Ring geschickt. In den Nachzig-Kader? Ja, da ist Ambrise Wund Wieste für das Terminieren. Weisst du, dass die nachher mit den Kollegen, die sie zusammen spielen, und da ist auch auf dem gleichen Level sind. Ah. Ah, es ist auch noch nicht Schröde jetzt. Es geht Ambrise aus. Was ist eine Interviewsendung? Schalte mal. Zeig mal, was hast du, Tricker? Ja. Tu mal hier auf das Achter so. Ah, sicher geht Ambrise aus. Die Redi kommt nonstop, die Sendung. Die Redi kommt. Ja, wir geben am besten vielleicht gerade zurück in die Schwäber 1. Das ist jetzt ein bisschen, ja, die sind gerade in den letzten Vorbereitungen im Test für die nächste Olympiade. Das war ein kleines Feuerwerk hier, äh, ja, ein kleiner Test für die Eröffnungsfeier mit Feuerwerk. Danke! Poyasus, pooyasus, auf dem Sprung hinschieb der Rüde, aber irgendein Mann gefällt schon viel mehr nicht. Echt, das ist doch, das ist doch Dings gewesen, das ist der Sender Olympia, History, XXL, ungenöst. Das ist, das ist falsch und so, so viel Zwitserrug. Töne ich mal ein bisschen vorspielen. Was töne ich denn hier vorspielen? Hey, löge hier, auf dem Knopf ich drücke, ha? Äh, lass dich, töne mal da rein. Hey, jetzt bist, jetzt bist du mir viel zu weit gewesen. Du müsst, du müsst zurückgehen. Hier. Ja, äh, grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren zu Hause in der Schweiz an den Bildschirmen. Äh, willkommen hier aus Windhoek in Namibia. Es ist sehr heiß hier gefühlte, 32 Grad, tatsächlich sicher 45 Grad. Es ist nicht einfach hier im Trainingslager zu bestehen. Ein junger Rarner haben wir hier im Trainingslager in der Vorbereitung für die WM in Katar. Äh, wir haben uns natürlich gefragt, wie ist das hier, äh, wir stellen die Frage gerade direkt an den Spieler selbst. Herr, im Boden, äh, wie ist das hier im Trainingslager, gerade von der Hitze her? Ja, die Anpassung war ja sicher nicht einfach. Ja, äh, ganz sicher nicht einfach, hat er jetzt gesagt, ja, äh, und auch die Integration mit den Spielern zusammen, wie wird man dann aufgenommen? Und das ist ja eine ganz andere Kultur, von daher ist ja die Integration von ihnen sicher nicht einfach. Wie ist das abgelaufen? Ja, sehr gut. Also der Spieler ist auf dem besten Weg Richtung Katar. Er hat die meisten Prüfungen bereits bestanden. Äh, wir werden ihn sicher bald einmal sehen, ähm, in Katar dann in der nächsten WM. Ja, herzlichen Dank, Herr im Boden. Ähm, Sie dürfen wieder in das Training gehen und ich gebe zurück in das Studio. Danke sehr. Öh, hättest du gesehen? Das ist ja hier schon, äh. Da im Trainingslager gewesen. Aber das ist ja hier schon als Spielchen, geht er da nicht in die WM. Mit welchen spielt er denn? Ah, der ist von Deutschland. Ah, da ist ein Titsche. Ja, ja, das siehst du am Namen drumner. Toni Rüdiger. Toni Rüdiger? Ja, ja. 436. 436. Ja, die Titsche da im Hintergrund, die habe ich schon gekannt, aber der, der vorne das Interview gegeben hat. Was hast du uns gehört? Was ist das für eine? Ja, der, der Bleicho, der ist, der ist von Raro. Der ist ein Junior von Raro. Von, von FG Raro? Ja, der ist jetzt hier wahrscheinlich nicht dabei, aber der dich jetzt vorbereitet für Katar. Ja, der kommt da schon noch. Der ist jetzt noch gerade ein bisschen Bleicho, aber der ist auch gerade hier schon nachgekommen. Ja, der ist auch der Einzige, was ich hätte eingeschmiert, weisst ihr meine, die anderen sind auch nicht geschmiert. Da müsstest du schmiert sein, sonst kommst du da gar nicht rein. Ja, gerade so als lokaler Fussballspieler möchtest du das schmieren, sonst kommst du da gar nicht in die Mannschaft da rein. Oh, du meinst jetzt das schmieren? Ja, ja, da sind die anderen viel stark. Da liegt schon eine ganz andere Biografie im Körper. Also, ich bin ein bisschen Bleicho. Ich mag mich besinnen, früher ist das ganz anders. Da hast du in einem Dorf, ich habe angefangen zu schütteln mit ein bisschen Willen und Ehrgeiz und Talent. Hast du das in der Nationalmannschaft gearbeitet, oder einmal Minimum in einer Nazi-Belle? Hey, da ist mit der Tambour und Pfeife anlegen, alles gleiche. Heute kommst du im Verein einfach nie noch mehr drin, aber nicht ein paar hinten noch drum schmierst. Aha. Da, wie ich wette, da sind die letzten 40, 50 Jahre, sind doch da keine Schütter mehr. Was war Adam Rief-Dricho, aber sie sind nicht geschmiert, die sind g'si. Was denn, da ist ja gerade, gerade wenn du von der FCRA-Junior redest, weisst ihr, das ist ein ganz guter Beispiel. Also, jetzt mal die ganzen Nazi-Belle-Hächten habe ich gar nicht aufzählen, gell. Nur einmal von der Nationalmannschaft, weisst ihr. Der, der, der noch, wer vor der kam, mit dem Schnitz. Der, der, der Bregi, der Bregi-Schors. Oh ja, mein, das sind ihre Ahnen, gell? Ja, 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 wegen dem Schnitz. Und den nächsten, der anderen, nochし, der, der, der Gäuli, der, der Grausse, der weih, der nicht mal hängt sie auch, keine Wähtze. Äh, der Burgener-Eirich. Oh, das ist der Burgener-Ferraro, der Erich? Ja, das ist Ferraro, der Burgener, jajau. Ege-Bürgerot, da der Original-Fandau. Ja, der ist der Original-Fandau. Mhm. Ja, ganz schön mit Schnicks und so. Nein, der war immer gleich rasierter. Es ist nur mal Spies, aber sonst zwei Schaft anzuschmieren. Aha, der ist aber nicht hier, der hat vorher gespielt, gell? Stefan Lehmann, ja, der ist gerade etwas jünger. Der Dingsis, der müsste vorher... Warte jetzt mal, im 94, was haben wir vorher? Ja, im 94, Italien. Oder 86 oder so, he? Ja, 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 das ist möglich, dass der das war der. Aber ich bekomme doch keine Bilder mehr von dem. Lebt ihr da noch? Ja, die leben beide noch, sag. Und die kannst du noch, könnt ihr mal ein Foto machen von dem oder so? Vielleicht könnt ihr da einen alten Bild berichten, sonst sagt mir nix am Burger von Erich. Ah, vor Ort. Sag, das habe ich doch vorher in der Zeitung gelesen. Die haben... Die haben dann Brille als Best. Ja, das ist ja da daneben dargestanden. Hier, 75 Jahre FC Raro Jubiläum. Und da ist anwesend der Regi Schorsch, Schmidt-Martin... Ja, vom Ehre ist das nix, aber der wird ganz sicher auch da sein. Ah, ja. Ah, den könnten wir die da fotografieren, nicht? Dann müsse ich nicht den Bildern da noch anlaufen. Ja, sogar Live-Radio, hätt's schon gesagt. Ja, ja. Können wir den Radio herbringen? Das ist ja eine Live-Radio über das Radio. Äh, über das Radio. Ja, ja. Non-stop oder was? Dann müsste ich da jetzt etwas kaufen oder was? Gehen wir mal. Gehen wir mal. Gehen wir mal. Das ist ja das Garnspflanze hier auf dem Ronenglut perfekt. Im Zuge des 75-Jahr-Jubiläums des FC Raro am 9. Juni ist also mit Sicherheit für die Verpflegung gesorgt. In diesem Moment ist es gerade hier der Che Leo, der in Aktion tritt und das Pumfritel wechselt. Ihr seht, für die Vorbereitungen läuft hier alles zusammen wie geschmiert. Jetzt ist es da, es geht da Schlag auf Schlag. Ja, da kommen uns da hergefahren, dass im ersten Auto der Bregi Schorsch parkiert sein Auto. Aber in diesem Moment ist es der Martin Schmidt, der ihn noch hier abtränkelt und den noch zwei Kampf für sich entscheidet. Und es ist also allerhebste Zeit, dass der Bregi als Trainer der ehemaligen Erstligamannschaft und auch der Martin Schmidt, Trainer der Zweitliga-Inter-Üffstigsmannschaft, sich ein Bild machen hier vor Ort von diesen Gegebenheiten. Eines ist sicher, die Lieblie werden für die meisten Ehemaligen zu eng sein. Wir sehen, für Spannung ist gesorgt. Und auch die Parkplätze hat es genug an der Zahl und mit einem bisschen Glück gibt es sogar ein Verbal. Damit zurück ins Studio live hier vom Roneglut. Ah, boh, 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 boh. So, fertig. Was stehe ich jetzt halt? Ah, mag das nicht mehr hören, so recht mich jetzt schon auf. Hast du nicht gehört? Was, wegen dem Verbal? Ja, Verbal zahlt schon wieder. Ich habe gerade vor ein paar Wochen gezahlt. Was bin ich im Stadläufe? Ja, wegen denen 40 Franken. 40 Franken. 140 Franken habe ich gezahlt. Ah ja? Ja, und dann für die Schläufe auch noch. Und dann habe ich nicht einmal das Auto mitgekommen. Und die Gliwehrbahn gezahlt. Und du hast ein Seffelgelenk mit dir gehabt. Das trompiert mich jetzt noch mal. Ja, ein Seffelgelenk mitgekommen. Das hat mir nicht mehr gelenk für das Essen. Dann ging der Mann den ganzen Stadlauf machen. Und dann bin ich schon ausgelaufen. Und dann habe ich auch. Gestahlen bin ich uns alle hütteln. Aber mir ist noch jetzt nicht mehr viel dran, schau mal. Aber sonst gehst du an den Brein. Gestern bringt er noch 75 Jahre F.C.R.A.R.A.R.A.L.A.S. Da gibt es flottes Essen. Das steht hier. Gutes Essen. Und zwar gibt es da Bratwurst. Ja, da muss ich sehr bald sagen. Wie weißt du? Ja, ja, Bratwurst. Bratwurst. Was heißt jetzt? Sogar etwas Asiatisches. Ah, das ist wahrscheinlich wegen dem der Ries angepflanzt. Komm doch dann rein. Wenn ich der ganze Familie Bratwurst kaufe. Und dann noch die Schmerzball und das zahlst du mir gar nicht. Dann mache ich einen Verlust. Ist da nicht etwas anderes? Was steht da noch? Glühdrat 75. Aber das ist ein Fest. Das ist dann gerade zwei Wochen später. Das ist ein Fest mit einem Live-Fussballspiel. Deutschland, Schweden steht hier. Und Kulinarischen, Leckerbissen. Weisst du, vom... Äh... Mit dem Gaumen, also dem Zauber. Ja, der Gaumen Zauber, ja. Genau, genau. Es bringt da so feine, flotte Häppchen. Das ist alles inklusive. Ja, genau. Da kenn ich. Dann gehe ich immer die Reste essen. Weisst du, dass die Fernsehsendung fertig ist. Und da ist noch das Comedy... Ah, das Duodunity sind auch da. Was? Komiker weiss. Duodunity. Was sind da ganz freiwillig? Duodunity. Ja, hast du die noch nie gesehen? Nein. Die sind die ganzen im Fernseh. Im Fernseh kommen die? Ja, viele. Ah, ich schaue das nicht. Ich zahle euch keine Beilag. Ja, und für den Sender zu empfangen. Es ist keine Beilagzahlen. Ah, die kommen da auch keine Beilag? Ja, ja. Der ist gratis. Ah, dann muss ich. Wenn wir mal schauen. Die sind da. Ja, die sind ganz sicher. Das ist ja so steht's hier. Glühdrat 75 mit Duodunity. Fussballspiel Deutschland Schweden und Kulinarisch Leckerbissen. Anmeldung unter fcraro.ch Äh, und was zahlst Du da? Ja, du zahlst Du ein Betrag im Voraus und dann hast Du alles zusammen inklusive. An diesem Abend ist gar nichts zahlst. Nein, da ist sowas verbal drin. Ah, höre, gute Zeit. Da kann mich meine Maid ja gleich anwählen. Was machst Du an? www.fcraro.ch www.fcraro.ch W, wo ist denn hier der W? Das sind, das sind Saulen, weiss. Der W ist im Buchstopp. Aber du kannst, du kannst, du kannst, du kannst, du kannst der Tächter auch rieten. Müsst, das Nummer der Tächter müß wählen. Gut, jetzt bin ich an. Das ist, erst Lochje, noch das dritte, nochmal das dritte Loch, nochmal das dritte Loch, nochmal das dritte, das erste, das erste, das erste, nochmal das letzte, zweimal. Ja, guten Tag. Herzlich willkommen, mit wem rede ich dort? Hallo Schatzi, ich bin's. Das Papi, gell? Hallo Papi. Hör mal, hast du da gerade noch zu tun, bist du am Schaf, oder? Ja. Ja, also ich habe da gerade drei verschiedene Tösten anbearbeiten, aber komm, sag nur, sie ist ja mein Papi. Ja, da kommt noch gerade das Fünfte dazu, gell? Ja. Also, hör mal, die anderen FC Ranru, die machen dann demnächst so ein, so was, ein Fussballspiel, mit Prominenz, und nachher machen sie nur so was, ein Anlass, so weisst, für mehr Bessere, oder einfach VIP, ja, da kann man sich anmelden. Ja. Kannst du mir recht gerne eine Anmeldung machen für mich? Eine Anmeldung? Weisst du, da muss auf, weisst du auf, www.fcranru.ch Aha, ja, ja, das ist das Internet, ja, ich mache das, da muss man nicht anrufen. Also, du hast gesagt, www.fcranru.ch Ja, sehr gut, Jubiläum hast du gesagt, ist es das? Ja, genau, genau, 75 oder was? Ja, Rubrik Jubiläum, sehr gut, ja, jetzt ist das anmeldet, also schon dort, super. Also, ähm, wie viele Personen sind da? Ja, äh, wie viele können da Maximum kommen? Ja, also, es ist ein Grossanlass, ich würde sagen, da gehen Minimum 300 Leute da rein. Hör, 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 für 10 und 3 und 1, ja? Ja, das ist alles inklusive... Hör, hör mal, von wann bis wann geht das? Ja, es fahrt, warte, da muss ich da runter, runter gehen, ja, da ist es. Also, es fahrt am, am 17 Uhr, also am 5 Uhr fahrt es an, und es fahrt dann etwa bis, äh, bis 11, halb bis 12 Uhr, und dann, und dann kommen dann die Leute noch rein, wo, ähm, also gar keinen Eintritt mehr bekommen haben, oder? Ja. Haben alle dann noch? Aha, ja, dann ist es offen für alle, ja. Ach gut, jetzt hör mal, dann tust du mir eins reservieren, für alle, gell? Ja. Ja, ich mache das, ja. Und wichtig, gell, musst du das Abonnen mal nehmen, wo die Parkbus schon drin ist? Ja, ja, es ist, also alles inklusive, das steht auch. Ja, super deal, gell? Ja, super, also, Rechnungsadresse weiss ich, ja, das ist gut. Ich mache das für dich, Papi, gell? Ja, das ist, los, mal, ja, du hast gerade die Rechnungsadresse, auch bei dir, gell, wenn... Ah, über mich nehmen? Ja, ja, das ist ja schon so gut, he? Ja, gut, das kennen wir ja, das machen wir gerne, wir sind die schliessliche und endliche Dienstleistung da. Also, Papi, tschüss! Ciao, ciao, ja, tschüss, 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 tschüss. Tschüss, tschüss, mhm, 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 ja. Meish, du brauchst nicht der Fase her, wenn du... Ich bin dermal noch mal, jetzt habe ich etwas vergessen. Und was ist es vergessen? Jetzt wollen wir noch sagen, wir sollen ein Auto organisieren, ey. Hä? Was? Du gehst doch sonst immer zu Füße. Ja, schon, aber hier ist das Werkband schon drin, gell, dann hole ich etwas raus. Ah ja, du sollst doch auch gerade sparen, sag, geh doch mit mir bei 1.5. Der Leng für ein Swerball soll gleich die Wandsmannschaft mit dem Traktor kommen, holt er etwas zu uns am Schluss. Ganz sicher holt er etwas zu uns an. Ah, das ist tiptop. So, ich will die Zeitung fertig lesen. Also, wie ist es jetzt angemeldet? Einerseits für am 9. Juni, aber es ist ja nicht mehr so anmeldet, weil wir dem Schorst, dem Prägi und dem Schmiedig anzulügen, wenn es so zu tun. Und am 23. hast du das Gemachtanmeldungen, gell? Jaja, es ist ganz für Wandschaft angemeldet. Also, pickabello. Wenn er gelust hat, können wir uns melden. Wir sind erst gleich hinten. Auf die Internet sind die Schalte. Und dann sagt er das wohl. Wir wünschen eine wunderschöne Zeit. Und vielleicht sehen wir sie. Auf Wiedersehen. Ciao, Semmel. Auf die Internet. Auf die Richtung.